Nun wisst ihr von uns Katzen viel, von unserer Arbeit, unserem Spiel. Auch dass wir ganz verschieden sind und selten ganz zufrieden sind. Nun fällt euch die Erkenntnis leicht, wie sehr der Mensch der Atze bleicht. Ihr wart bei unserem Spiel präsent und wisst, wie man uns richtig nennt. Ihr glaubt jetzt, ihr habt viel erfahren. Doch halt, wie sprecht ihr uns denn an? Als erstes tun wir euch jetzt kund. Eine Katze ist bestimmt kein Hund. Als erstes tun wir euch jetzt kund. Eine Katze ist bestimmt kein Hund. Es gilt bei Katzen stets der Rat. Sprich nicht, bis sie gesprochen hat. Ich selbst jedoch halt nichts davon. Die Katzen grüßen soll man schon. Doch denkt daran zu jeder Zeit. Sie hasst jede Vertraulichkeit. Verbeug dich erst. Zieh dann den Hut. Und sage ganz formell. Oh Katze. Oh Katze. Den leeren Worten traut sie nicht. Bevor man ihr von Freundschaft spricht, will sie zuerst Beweise sehen. Zum Beispiel leckere Sahnecreme. Sie schätzt auch noch so mancherlei wie Kaviar und frisches Ei. Sie liebt auch Gans und Räucherlachs. Als Zeichen deines guten Geschmacks. Und wenn sie dich dann leiden kann, sprich sie mit Namen ein. Die Katze ist kein Schnee. Auch wenn sie vor der Art und Wundes fängt. Dies merkt ihr ruhig und denkt daran. So spricht man eine Katze an. So jaki haupte. Wir sehen uns band das Kv versus altخر. Dewi von Arten